wir haben jetzt irgendwie das wird nach blanks hier ist da 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 irgendwas hat gebrannt ja der 33 meter von links glaube ich irgendwo zwischen den zügen durch da ich hab's geahnt dass die pose scheiße ist geht die ist alles scheiße ich sage doch immer nicht panisch werden da gerade geradeaus bei dir ist glaube ich gerade irgendwas hochgehend der vor dem wagons ganz ruhig ist normal das regen als er gesagt hat als er gesagt hat da rechts war was dachte mir so scheiße ja hier unten auch hinter dem hügel hier links vom hügel in uns auch scheiße da reicht noch der ja ein bisschen blöd jetzt da war gerade am links am dingens gekommen oder gleich krisi anpämmeln er war gerade hier am häuschen da kommt ein käfer scheiße ey ich weiß nicht wo dieser scheiß käfer ist so okay du brennst nicht zu oder? nö nö zwei stück da da ich seh einen am waggon ein white shirt oh vorsichtshilidens auf dich Dave ja aber von wo du musst ja dann wieder ganz woanders zu sein oben auf dem waggon sag mal oh der hat mich gekillt der mit der silencer hat nen hit sag mal wo ist der denn? ja da kommt was das ist keine mal ne Zeit ey ich gib's nicht ich raff nicht wo der ist geil oh er hat nen neues Opfer ja da ist einer scheiße ich hab hier keine Deckung ey oh rechts war noch einer vorsicht gibt's nicht ich hab der ist down da da der überlebt schulde verdammt was zum werfen ne 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 oh das genau ah scheiße oh wo schießt er die karabiner schalldämpfer müssen geschockt hui, hui, hui einmal taktischer rückzug so ne scheiße ich habe kein Gewehr Vielen Dank. Verzehrt euch einfach. Meinst du, den Gefallen tun sie dir? Nee. Wart magisch jetzt. Uh. Ist leider auch kein Munitionswagen in der Nähe. Ist leider auch kein Munitionswagen in der Nähe. Oh, shit, shit, shit. Und wieder über den Zaun. Du kommst hier mit rein. Oh. Ja. Uiuiui. Neues. Pass bloß auf, dass bei uns nicht irgendwo fallen liegen. Ja. Eine Stacheldrahtfalle kann jetzt böse sein. Sie sind aber noch einmal gestorben, oder? Jo. Ja. Und jetzt gleich Überraschung, wir sind wieder da. Danke. Ne, scheint gerne auf alle zu sein. Jihau. Dankeschön. Oh, großer Knutzen weg. Kacke. Ah, Happy Meal ist alle. Hier wäre noch ein Happy Meal. Ich würde gerne reinreißen, ja. Also du hast es nicht reinreißen, ja. Du hast es nicht reinreißen, ja. Nö. So. Weil ich brauchte Heilung. Hier wäre auch noch Muni, falls verbraucht. Also hier ist noch einmal nehmbar. Was? Ich höre dich gerade nicht. Muni ist da oben. Wo ich gepinkt habe. Ist da zufällig, äh... Hier ist Heilung. Äh, das habe ich jetzt nicht gesehen, ne. Also das da oben war noch Male. Ah, da ist auch Uwu. Gut. Okay. 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 Kübis. Hui. Na, sind die schon wieder am nächsten Kampf in Gang oder was? Sie machen die Spinne. Scheiße. Ja. Hier, Lawson direkt. Haben sie immer noch geschaffen. Ja, da müssen ja zwei Teams wahrscheinlich sein. Also ich glaube nicht, dass das Team, was gegen uns gekämpft hat, schon die Spinne gemacht hat. Na, da oben. Oh ja. Na komm, bleib mal kurz stehen. Du, Kollege da oben. Scheiße. Ja. Einer hat einen Hit. Einer läuft nach links. Blue Shirt. Uh. Nein! Oben, da oben ist noch einer. An der Treppe. Einer ist runtergesprungen. Oh. Irgendwas ist hier hinter mir. Ein Dingens. Äh. Immo. Ja, der ist da. Ja, ja. Ich hab kein, kein Gift leider. Na, ich hab auch nur ein Schlagring. Ah, ich hab. Ja. Also abnehmen. Ich nehm dir mal ab. Ich versuch's. Da oben ist einer. Ja. Und da liegt noch einer. Ah. Down. Ne. Denkt dran, da ist ja irgendwo einer runtergesprungen. Vorsicht. Bei den gelben Waggons. Ja. Da vorne ist das Mündungsfeuer. Ah, hier ist doch offen. Ich kann hier hoch. Okay. Ein dunkler Skin und das blaue Shirt. Jep. Und läuft nach rechts. Ah shit, da kann ich von hier nicht hingucken. BAM. Nice. BAM. 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 Da oben, da am Turm. Irgendwo, oder irgendwo. Ja, da sind so. Da auf dem Dach, glaub ich, war einer. Jep. Da auf dem Dach. BAM. 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 Ich würde mal hier kurz eine Falle hinlegen. Oh. Oh, der ist links von mir. Oh shit. Da, da gleich, äh. Da seh ich auch noch einen. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie hochkomme in dem, in das Gemäuer. Pass auf, Bruns. Ja. Zwei Stück. Oh shit. Oh shit. Das ist hier oben ganz schön, nicht ungefährlich, ey. Ja, umgefallen. Nein. Ne. Ne, der Schwarz ist noch, ne, noch. Der Reaper. Toastrot. Also hier oben ist irgendwie einer, oh Gott, ja, schwarze Kutte, so Gesichtsbemalung, sag ich mal. Das ist einfach. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Untertitelung. BR 2018 So nicht, mein Freund. So nicht. Nee, den loote ich jetzt nicht, weil ich habe schon zwei gelootet. Also hier liegen drei Stück, okay? Uh. Okay. Ein ganzes Team liegt doch. Ja, ich habe aber Geier. Die haut die Bounty ab. Ja, die haut mal links ab. Oh, hier unten liegt ein Team. Oder? Hau dir ab. Ja, scheint so. Wo liegen die? Hinter dem Waggon. Da. Müssten drei Stück sein. Na gut, dann würde ich die einmal looten. Also Dave, ich habe Geier, ne? Du kannst auch looten. Ach so. Aber darum. Und dann würde ich jetzt noch hier, dann kannst du jetzt alle looten. Ja, ich komme. Ach so, Entschuldigung, du musst da oben den looten. Jo. So, hauen die auch wirklich ab? Jo. Ach so, Suchscheinwerfer. Oh, scheiße, ich habe dem seine Waffe genommen. Wenn nicht mit Reps, dann mit The Pumps Gun. Geil, der eine hat 500 Dollar gebracht, ey. So, wo war der eine noch? Hier noch, hier oben. Ja, drei da unten, einer hier oben. Gucken, den einen würde ich sicher jetzt aber auch anzünden, glaube ich. Nicht, dass der alleine unter den Wegs war irgendwie. Und dann können wir ja mal kicken. Ich habe sonst, ich habe schon, also ich habe eine flüssige Brandbombe, aber ich weiß nicht, ob die... Ich habe Stachel drauf, glaube ich, Falle. Na, ich schuld, Mann. Ja, das Bounty ist schon am Ausgang. Irgendwann nach oben, das Kürze. Äh, ah ja, da. Das ist schon in Windy. Na, eine Freundin Rottmeier gibt es ja nicht, ne? Wie es aussieht, ne? Ich habe es noch keinen Clou gesehen. Ich habe es noch irgendwie viele Killchips gemacht, habe mit der... Ich weiß nicht, ob ich den einen eventuell gekillt habe oder ob ich da nur geholfen habe. Na, mal gucken. Und das war das dreckige Team von Anfang. Ja, ja, das war das Team. Dieser Jäger hat... Was? Ich habe mir auch mehr als drei getötet. Okay, der, der mich gekillt hat, war gar nicht von dem Dreierteam. Das war ein Solospieler. Hm. Der mit der... Der mit der gesilenced. Das ist ja kacke. Untertitelung des ZDF, 2020